Wir haben News, News, News. Was für ein Wunder der TV-Twan bringt wieder News. Ganz etwas Neues auf diesem Channel. Egal, wir starten mal rein. Ich habe da News, nämlich über 151 habe ich da News für euch. Und wie überraschend es auch kommt, werde ich das mit euch teilen. Das ist ganz etwas Neues von meiner Seite. Warum ich eigentlich so lache, ist einfach, dass ein paar Leute überraschend tut, dass 151 da gereprintet werden. Es ist jetzt offiziell. Es wird gereprintet oder restockt. Ich weiß nicht genau, wie es da kommt, aber da kommen noch mehr Booster auf den Markt. Und wir schauen das zusammen an, wo ich das gesehen habe. Ich habe von der Community, danke Daniel, dass du mir da die Infos weitergegeben hast. Und ich habe natürlich da reingelesen, du musst sagen, spannend. Sehr spannend. Spannend vor allem für die Leute, die 151 noch nicht für einen günstigen Preis haben oder auf die Seite gelegt haben. Da ist die Chance. Wir gehen da mal auf mein Smartphone. Was wir da auf meinem Smartphone haben und wir schauen das mal ein wenig rein. Wir schauen hier mal auf Poké Beach. Auf Poké Beach kommen die Informationen regelmässig. Also die Leute, die wirklich up to date sein möchten, wären sie auf Poké Beach gar nicht mal so schlecht drin. Ich werde das Ganze hier verlinken. So, es steht hier, überraschenderweise ist mit 151 Produkten noch nicht Schluss. Wie überraschend ist das wirklich? Also die Leute, die auf meinem Channel da sind, die wissen es. Ich habe es schon früh genug gesagt. Pokémon Company wird das nicht einfach so hinnehmen. Sie wollen nämlich so ein geiles Produkt nur so zu short printen, sondern sie wollen natürlich alle bedienen und auch die Produkte, wo so gut verkaufen, noch mehr verkaufen. Das ist ja klar. Ich würde es auf jeden Fall als Unternehmer das machen, nämlich alles was gut läuft, einfach zu reprinten oder zu restocken, damit es noch mehr verkauft wird. Sie haben da mehrere Produkte auf dem Markt. Wir können ankündigen, dass im Februar eine neue 151 Blooming Waters Premium Kollektion rauskommt. Das ist ein Produkt wie beispielsweise bei Crown Tannik, war Lugia später rausgekommen noch. Die Lugia Box, das ist jetzt einfach bei 151 Blooming Waters Premium Kollektion. In den USA, Europa und anderen Ländern erscheinen wird. Das wird also höchstwahrscheinlich in mehreren Sprachen kommen. Europa, ich glaube nicht, dass sie nur englische Produkte von diesem Produkt rausbringen, sondern dass sie eben für Französisch, Französisch, Deutsch, 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 Schweiz, Deutsch, Englisch, je nachdem. Sie wird 12 Booster Packs, also etwas Größeres mit 151 Produkten dort drinnen sein, also Booster dort drinnen sein. Vier Promo Karten, eine Jumbo Karte und eine Code Karte enthalten. Also nehmen wir sowieso Wunder, Jumbo Karten, was da kommen kann. Aber ja, die sammeln, sammeln es. Ich bin einer, der das einfach so ein Jumbo Ordner hat, also Binder hat und dort reinwirft quasi. Und wenn da Kids kommen, verteile ich das Ganze. Aber ansonsten ist es nicht so mein Ding, ganz ehrlich gesagt. Unsere 151 Set wurde ursprünglich im September 2023 veröffentlicht. Dieser Produkt wird also eineinhalb Jahre später erscheinen. Also sie hätten es eigentlich letztes Jahr schon bringen wollen, im September. Aber jetzt eineinhalb Jahre später bringen sie das halt erst nächstes Jahr im Februar. Es scheint sich um ein Erinnerungsstück zu handeln, dass den Fans eine letzte Chance gibt, sich ein paar 151 Packs zu schnappen. Dies ist nicht das erste Mal, dass wir diese Art von Produkten nach der Veröffentlichung erhalten haben. Also das ist so, es ist eigentlich nichts Neues. Aber so wie da geschrieben ist oder übersetzt ist, es kann ja sein, dass es richtig geschrieben ist, aber anders übersetzt, auf jeden Fall. Ja, das ist nichts Neues. Also sie bei dem Sonderset, aber Crown Zenit, kam da irgendwie auch eineinhalb Jahre später dann noch mehr Booster, also noch mehr Boxen raus, eben wie die Lugia Box. Und dort war ja auch das Set Crown Zenit drin gewesen und nichts anderes. Also finde ich, es ist nichts Neues. Aber sie schreiben da, ob das irgendetwas Neues ist. Es ist unklar, worauf sich der Namen Blooming Waters beziehen. Wir wissen nicht, welcher Kantorstaat das ist, oder ob es überhaupt Kantorstaat ist, das wissen wir nicht. Aber da auf jeden Fall, da kommt noch was. Derzeit gibt es in Japan keine 151 Promos, die für dieses Produkt in Frage kommt. Also da, sie können nichts im japanischen Markt sehen, was eigentlich bei uns dann später die Box sein kann. Deswegen haben sie das so auch reingeschrieben. Die vollständige Enthüllung dieses Produkt dürfte im Dezember erfolgen, bleibt sie dran. Also wird da für die Februar, wird höchstwahrscheinlich im Dezember das Ganze getroppt. Andere Nachricht, dass da die Grosshändler in Japan, dass sie da auch etwas ähnlich erhalten. Pokémon Japan erneut veröffentlicht wird. Neue Boosterboxen werden im Dezember in Pokémon Center und bei einzelnen Händlern erhältlich sein. Also da auch die Infos, dass sie in Japan auch etwas bekommen. Jetzt im Pokémon Center soll es erscheinen und natürlich auch bei den Händlern. Ansonsten haben wir da nichts Neues. Es ist so, dass es auch sonst nichts Neues hat. Also ich meine, wenn ich jetzt beispielsweise hier auf Card Market zeige ich euch jetzt schnell den Box, wo ich da meine, nämlich von Crown Zenit, die Unon V und Lugia V Box, also Special Collection Box, dass auch da schon mal in späterer Zeitpunkt da Produkte rauskam. Also es ist nichts Neues. Wussten wir alle, dass Pokémon Company das nicht einfach so stehen lassen. Das war eigentlich vorhersehbar, ohne dass ich hell sehen kann. Weil wenn ich jetzt beispielsweise Pokémon Company wäre, würde ich das genauso machen. Ich würde Produkte raushauen, ich würde das Produkt reprinten, so viel wie es geht eigentlich, Nachschub bringen, damit die Leute es weiterhin kaufen. Also wenn sie schon kaufen, dass sie wirklich, wirklich kaufen. Das ist für mich nichts Neues. Ich habe ein paar in YouTube gesehen, dass sie so getan haben, ob das irgendwie, uh, 151 wird da neu geprintet. Oh, wie geil ist das denn? Also für mich war es eigentlich von Anfang an klar, es wäre höchstwahrscheinlich auch für die meisten da draußen, sicher die, wo meine Channel da folgen, wissen es eigentlich schon, dass höchstwahrscheinlich Reprints kommen. Garantieren kann man natürlich nie. Das ist mir schon klar, dass man nicht immer garantieren kann. Das ist auch richtig so, dass man das nicht einfach so sagt. Habe ich auch nicht. Ich habe, für mich war es einfach klar, dass da was kommt. Es ist einfach jetzt wieder in einem speziellen Box. Mal schauen, wie die, äh, Kollektion aussieht. Die Special Kollektion, aber ich denke, so in dem Form könnte es sein, he? Weil es keine Ultra Premium Kollektion ist. Habe ich glaube gesehen, oder? Hm, schauen wir noch mal aus, schnell. Stimmt, einfach in, ist sogar ein Premium Kollektion, also es ist nicht, äh, irgendwie, ja. Schauen wir mal, was für Premium Kollektion es gibt. Premium, was gibt es da als Premium Kollektion? Dann gibt es natürlich verschiedene, ja, das wäre beispielsweise, das wäre ein super Premium Kollektion, he? Und dann gibt es da Premium Kollektion, Figuren Kollektion, Premium Kollektion, schau ich so, mit dem, mit dem Case drin, he? Ja, Karten Case, das wäre Power Premium Kollektion, also es gibt verschiedene Kollektionen, Arten, wo da in Frage käme. Man kann gespannt sein, wie es aussieht, auf jeden Fall, dass cool ist, dass, äh, wieder Leute zu Produkten kommen, die Karten werden höchstwahrscheinlich wieder droppen, äh, ich denke jetzt beispielsweise die Charizard, ähm, wo jetzt da so gehypt wurde, dass es irgendwie 100% Gewinn gemacht hat, haben da ein paar Leute reingeschrieben, die Performance sehr hoch ist. Aber ich denke, auch die Karten werden, äh, höchstwahrscheinlich ein paar droppen, außer sie packen da nur Müll rein, aber ansonsten kann ich mir vorstellen, dass allgemein die Preise wieder ein wenig fallen, aber jetzt nicht irgendwie wieder, äh, an Anfangszeiten oder so, sondern dass da einfach sicher etwas gehen wird auf dem Markt nach dieser Information. Und das Interessante ist natürlich, dass, äh, Pokémon Company das so früh gedroppt hat, das finde ich eigentlich sehr interessant, dass es, äh, dass die Information wieder sehr früh rausgekommen ist, ich meine, ein halben Jahr wird es noch dauern, oder vier Monate wird es noch dauern, bis es überhaupt rauskommt. Ich finde es eigentlich noch sehr früh, aber, ähm, ich weiss nicht, wie ihr das findet, ob das eine gute Sache ist oder nicht. Ich persönlich finde es eigentlich gut, dass wieder Stuff rauskam, weil ich finde schon, es ist ein bisschen rar gehalten, nicht, dass sie zu wenig geprintet haben, äh, die Nachfrage war einfach viel grösser, als jetzt beispielsweise der Reprint oder der Restock, wo da kam. Deswegen finde ich eigentlich gar nicht so schlecht, dass da wieder Produkte rauskommen, sehr interessant, ich finde das sehr cool, dass die Leute wieder zu Stuff kommen. Ich finde das gigantisch, wie ihr mir die ganze Zeit auf YouTube folgt, äh, ich habe ja inzwischen angekündigt, dass ich ein Zweit-Channel habe, äh, das heisst nämlich, äh, mein TV-Twan, ich werde das Ganze hier unten verlinken. Es hat nichts mit TCG zu tun, sondern es geht dort mehr um ein Vlog, wenn ihr dort mich auch unterstützen wollt, äh, könnt ihr dort mal reinklicken, ich werde es dann am Ende vom Video verlinken, hier höchstwahrscheinlich, könnt ihr einfach draufdrücken und dann seid ihr im Zweit-Channel. Ciao!